Humor und lösungsorientierte Arbeit passen wunderbar zusammen. In diesem Video erhalten Sie dazu einige Ideen. Wer Menschen lösungsorientiert führt bzw. begleitet, braucht eine Haltung von Leichtigkeit und Wohlwollen. Immer im Bewusstsein, dass Veränderungsprozesse anspruchsvoll sind. Menschen wagen es eher, Herausforderungen anzupacken und sich auf den Weg zu machen, wenn sie sich akzeptiert wissen und wenn sie wissen, dass sie bei Schwierigkeiten und Misserfolgen auch getragen werden. Eine lösungsorientierte Haltung verhindert, dass ein Lachen als Auslachen wahrgenommen wird und so Vertrauen zerstört. Eine wertschätzende positive Haltung und die Annahme, dass alle Menschen gute Gründe für ihr Verhalten haben, schaffen ein Klima, in dem Lachen unbeschwert und entspannt stattfindet. In einer lösungsorientierten Begleitung unterstützt Humor auch ganz konkret. Beim Finden von Zielen. Fragen Sie zum Beispiel, was das Lustigste ist, was sich jemand für die Zukunft wünscht. Das lenkt den Fokus weg von Sachzwängen und öffnet den Blick für unkonventionelle Wünsche. Beim Begleiten von Anliegen. Humorvolle Menschen wissen, nobody is perfect und Scheitern gehört zum Leben und ist nur vorübergehend. Diese Haltung wirkt erleichternd und erlaubt es, auch große und komplexe Themen entspannt anzugehen. Wenn Schwierigkeiten auftauchen, dann weisen sie auf Absurditäten hin und relativieren sie Sachzwänge. Aus etwas Distanz kann man respektvoll auch über scheinbar große Schwierigkeiten lachen. Verwenden Sie spielerisch fantasievolle HelferInnen wie Pipi Langstrumpf als symbolische Figur, die für Eigenständigkeit und Lebensfreude steht. So schaffen Sie eine Denkwelt, in der man selbstbewusst und kreativ Lösungen findet. Und nicht zuletzt wirkt gemeinsames Lachen in jedem Gespräch Wunder. Stress begünstigt Misstrauen und Missverständnisse, gemeinsames Lachen löst dies auf. Kurz, gerade weil der Humor keine Grenzen kennt, auch Absurdes, Komisches freudig annimmt, kann er kreative Ideen gebären, ihre Umsetzung vorbehaltlos unterstützen und somit neue Lösungen schaffen. Probieren Sie es aus!